Der 1MV Und weist darauf hin, dass das rohe Palmöl nicht lange lagerbar ist. Die Sommerferien im Süden, nicht nur Buongiorno, Gelato, Come No, Vollcast in Deutschland von Kultur. Unser Gast ist Nadine Schubert, Journalistin, Bloggerin, sie verzichtet auf Plastik. Frau Schubert, seit gut zwei Jahren... Petrae, sehr... ...mit Plastik verboten. Dann kommt diese Pandemie und plötzlich haben wir die Schnelltests einzeln verpackt in Plastik. Diese kleinen Plastikröhrchen... ...die Masken... Oh, jetzt hat der auch Müste... Der 1MV Ihre Mission definieren... Trocken... ...dass ich... ...tick... ...dass ich... 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 ...dass ich...